Hallo Hola, die Leute Gut, dann willkommen zurück Los altes Factory im Feier und jetzt habe ich doch wieder vergessen rumzustellen Ist ok, dann machen wir das doch nächste Folge wieder Ich mach mal kurz fort Ich mach mal kurz fort Und dann habe ich es doch wieder vergessen Na, wir haben doch hier so... waren nicht irgendwer dahinten war das der? Ich nehme deswegen die Stromleitung mit weil ich den einen, der irgendwo in der Pumpe steht, noch einschließen muss Geo-Termin Ich brauche Strom, nicht? Ja, ja Geo-Termin-Generator Den habe ich nämlich noch vergessen umzuschließen Und da gibt es nämlich auch noch einen Nude-Container Der... naja, das reicht nicht, reicht nicht Kannst nicht, geht nicht, will er nicht, mag er nicht Hm Wurde ich mal ein Stück, ein Stück länger machen können Er hat nämlich mehr Strom gebracht, als der Kanar oder liefern konnte Das ist was Neues hier Was seid ihr bekommen? Ich meine, euch kenne ich Aber ihr macht nichts, ne? Ihr seid nur Deko Nicht das jetzt, wenn ihr halt nur alle auf dem Kopf mit euren riesen Köppen Ne 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 Wollen wir jetzt? Da geht gar nicht kaputt Dann habe ich die jetzt einiges noch nicht Sonst geht doch stein darum, oder fettermaßen, unsere doch auch nicht Hallo Wo eingesammelt haben wir? Ich habe doch nicht geguckt, aber was eingesammelt haben Hm Geh, hoch, 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 hoch Das ist ja mies Was ist hier noch irgendwas? Eins, zwei, drei, vier Viecher Aber sonst nichts, ne? Da habt ihr noch irgendwie was hier Für mich riechen Ah, ja Jetzt hätte ich mir gedacht, er stürzt mich hier nur Ne, hier geht es noch nach oben Okay, alles klar Dann gehen wir erstmal da rüber Da hat man ja auch noch was gesehen Da hat man ja auch noch was gesehen Wenn da oben drauf war Die gelbe Schnecke, genau Wie man sieht sogar unser Legerturm von hier Da ist die Plattform und da ist der Legerturm Jetzt kann ich es euch wenigstens noch zeigen Wenn ich jetzt wieder umstelle, dass ihr jetzt einen Non-PAR-RC seht Da kann ich euch das gar nicht mehr zeigen Ja, weil ihr habt das Das Kreuz genau in der Mitte Und ich kann mit meiner Waffe hier zeigen, was ich will Aber genauso wie wenn ich jetzt auch Fischer schieße Dann halte ich die Waffe so und treffe trotzdem Weil bei euch das Kreuz immer in der Mitte bleibt Ich weiß nicht, ob wir das können Ich weiß nicht, ob wir das können Ich weiß nicht, ob wir das können Wie man sich für andere Begrüben einstellen können Wie man sich für andere Begrüben einstellen kann So, da ist noch ein blaues Schneckchen Aber wir hatten doch noch eine Abstandsstelle Aber wir hatten doch noch irgend so ein Apparat gesehen Auch da hinten, ja ja, da sehe ich es ja alles gut Machen wir auch mal das Ding hier Machen wir auch noch für Strom, Alter Alles klar Alles klar Da oben kannst du schießen, wie du willst Aber ich weiß es nicht Oba, guck genau, das meint ich Ach weh, bis dahe schon hin Ja, nicht, kannst du rum noch fallen Bleib oben jetzt Ja, was der immer rumspringen muss, da Kerl Äh Und noch eins, wo auch die Schnecke Ach ja hier Hier ist es doch Bam Da ist mal ein gelbes Schneckchen dort oben Da ist noch mal hier eine Schneckchen Da ist noch mal ein gelbes Also hier haben wir noch ein bisschen zu tun Ich wollte nur mal gucken, dass wir hier nicht noch irgendwas anderes vergessen Also ein paar Bienenlaster hier Oh gut, die kommen sowieso nicht hier hoch Und noch keine Munition irgendwie schafft es nicht bis hin Und noch keine Munition irgendwie schafft es nicht bis hin Rum 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 Hm Herr Kauberstrom, ok Das gehe Ja Und seit zwei Stunden kann es nicht sein Da war ich noch ein weitergelaufen im Spiel Damit wir genug Zeug haben Wenn wir nach Hause kommen Und wenn es nicht schon wieder voll ist, übergelaufen ist. Also ich war nicht da. Kann nicht sein. Jetzt ist er so über die Computer gesteuert worden hingefallen. War nicht meine Schuld. So. So, jetzt muss ich noch rumgehen. Also die Computer. So, hier drüben liegt noch was. Verladerplatin. Front-Platin. Wo ist denn der Container? Hallo? Auch da nicht da oben, ne? Da oben? Jetzt fehlt noch was. Da oben ist der Container. Hallo? Da oben. Da oben. Da oben. Was brauchst du denn so? Kunststoff. Na warte mal, da kann ich helfen. Kunststoff habe ich doch, glaube ich, hier im Apparat. Genau. Da müssen wir gleich 200 rausholen. Öffnen. Festbild rausholen. Ja. 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 Da oben. Surface genetic sampling indicates the freighter may have come from a planet run by apes. Planete Affen, oder was? Ach, das stammt von einem Planet von Affen. Okay. Aber das ist schon. Ja, aber Planete Affen. Wo ist die Erde? Klar, Spölbeton müsste noch voll sein, ne? Hat er auch schon was? Mhm. Ja, Container stammt von einem Planeten und offen. Da klicken wir mal hier hoch. Ähm. Mal hier. Guck mal, was hier oben noch rumliegt. Da müssen wir doch eigentlich mal, muss ich doch mal hier rüberkommen. Eigentlich mal, hab ich den doch mal hier hingestellt. Aber ich denke, wenn ich Glück habe, sehen wir von hier oben sogar. Da ist eine rosa, ne? Schnecke. Da ist eine gelbe Schnecke. Da ist wieder eine rosa Schnecke. Da ist noch eine gelbe. Blaue. Noch eine blaue, noch eine gelbe. Also hier geht's überhaupt, hier geht's wieder runter. Was Schnecke angeht? Gelb. Da. Blau. Ich hab jetzt dann irgendwann mal, ich wollte nur noch heim, hab alles liegen lassen, bin nur noch recht. Ich mein, da kommen wir, glaub ich, jetzt so hin, jetzt der gelben. Das reicht noch nicht. Ist hier irgendjemand noch? Ne, jetzt nur noch Streulung, gut, deswegen haben wir ja genug Zeug geholt. Da drüben ist noch mal ein Sommerslug. Sehe ich von hier aus. Das rieche ich förmlich von hier aus. Das reicht nicht. Da ist er. So. Bin ich spinnig? Oder nicht spinnig? Da kam er hier. Schön. Aber, ne, sagt gar nichts. Reden wir nicht mehr miteinander. Das ist noch eine Abschlussstelle. So ist noch ein Schneckchen. Hm, wenn ich jetzt wüsste, was ich jetzt nicht wüsste, ich glaub nicht, dass das geht, dass das reicht, da drohen. Hm. Das ist nämlich so ein... ...so ein Verstrahler hier. Für irgendjemand. Hm. Das ist nur Giftus hier, ja? Ich mach spinnig, nur Giftus. Kein zu. So, was willst du? Gar nichts. Den kann man so öffnen. Okay. Was gerade ist. Wie? Ach, das hab ich bei dem anderen Verdener vergessen, ne? Äh, hier. Wo geht noch irgendwas? Nö. Hier war ich noch das Liegen. Ach, hier Computer. Computer, können wir umgebracht. Da war ich Gummi. Und Oszillatoren. Ne, Quartz-Ozzillatoren. So, kannst du die hier reinschneisen? Machst du gleich hier nochmal. Ist gut wie alles full. So, Strom. Ich wollte gerade sagen, könnte auch wenn, der wirft mich jetzt mit Stein. So, hier gibt's gar nichts oder was. Wie hier sind sonst hier übergesprungen? So, hier gibt's ja nicht immer nichts. Und davon eigentlich gerade noch viel. Jetzt geht die Sonne wieder runter, ne? Herrlich. Herrlicher Sonne umgekommen. Strom, Strom, Strom. Pff, Junge, das war wieder, ne? Mann, Mann, Mann. Cool. Jetzt rufst mal wieder zurück. Oh, wie viel Glücks haben wir nicht eigentlich schon? Vier. Vier haben wir. 20 von... Na gut, da hab ich vielleicht 16 von schon mitgenommen. Aber... Jetzt hat er wieder mit Stein geschmissen, der... der Vogel. Hier, Junge. Binst wo? Was noch geht's? Schmeiß ich mal was zurück. Hier ist der Baseballer. Hier ist er. Hier. Hol'n dir. Hat nicht immer gejuckt, ne? War schön weiter nebengeschmissen, ne? Und da oben ist noch ein Eiler. Eins klug. War keine Musik mehr. Was ist denn los? Das Ende vom Biom, da gibt's keine Musik mehr. Aber wie? Ja, die haben wir noch gut versteckt hier oben. Da hinten ist noch eine Abflussstelle. Da ist ein Lilo Schneckchen. Da ist noch ein Lilo Schneckchen. Also eins. Eine gelbe. Eine blaue. Eine lünerne. Da war da noch irgendwo eine lünerne eben. Da ist noch eine lünerne. Genau. Da ist noch eine Abflussstelle. Eine gelbe. Eine blaue. Gut. Okay. Nur wo hab ich das? Ich hab das hinter euch mal eine Bamba gestellt. Mann. Da sind die zwei da hinten. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier hinter dem Berg irgendwo stehen muss. Irgendwo. Da steht noch einer. Den müssen wir noch anschließen. Ja, das ist hier da hinten. Gut. Das haben wir uns geholt. Dann gehen wir jetzt als nächstes hin. Aber die Schnecken haben wir jetzt schon wieder. Zwei gelbe. Wie sind denn zwei gelbe? Ich hab wirklich nur zwei gelbe gehabt bisher. 14 blaue. Okay. Dann hätte ich gesagt, na dann lassen wir das mit den Schneckos mal. Und. So durch Strom brauchst du mir Angst haben. Da ist auch noch ein gelbes. Pass auf. Ne. Okay. Wir nehmen den hier unten. Dann mach ich doch nicht. Wir sind jetzt noch irgendwas hier am Pädoyer. Nö. Okay. Wo ist das Blaue? Das muss ich jetzt gerade nicht heilen. Das ist doch eine Blaue. Dann gehen wir mal von hier oben. Oder von hier unten. Ne, wir nehmen den hier unten. Äh, böse. Mann, Mann. Das kregen wir nicht immer so, wenn hier gerade eine Stromlüge heißt. So, reicht es aber nicht. Dann machst du da einen hin. Au. Du, du elender. Ja, komm. Das ist einfach. Vergiss es. Nö. Reicht die Stimme nicht, oder was? Ne, vergiss es. Hä? Kann ich oben eine Stimme bauen? Oh, da geht es. Warte. Komm mal. Ich will nicht mit dir spielen. Au. Boah. Sind gleich sieben Stück mit einmal die, die kriegst man den, ne? So, hier ist noch ein Neckchen, genau. Hm, weg hier wo komisches Zeug. So, wir sind klug. Genau, da waren wir drin. Aufzuarbeiten. So, wir sind klug. Genau, da waren wir drin. Greifen wir euch gleich. So, wenn ihr jetzt nicht aufregend ist versteckt gehabt hier, dann bin ich aber auch nicht. Wo sie sind. Was machen wir jetzt denn so? Okay, ein Schneckchen, wo specken sie hier? Haben wir? Rinst. Nischt. Nischt. Okay. Nischt. 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 Bletsch, bumm, sind wir kaputtgekommen. So, das ist ein Verstrahlter hier, oder? Ach, die Leute sind hier los. Da oben ist auch noch was. Sehe ich gerade. Da ist nämlich auch noch ein Rolida-Schneckchen. Das ist nur eine Abstaubstelle. Hm, hm, hm. Interessant. Aber da kommen wir nicht hin, ne? Das wird nicht reichen, wo das dritte her. Das wird nicht riechen. Da unten ist nochmal ein Stücki-Stoppi. Ein Stückstoff. Jetzt wird er so ein Steinwerfer, ne? Ich würde ja gerne mal, ne? Ich würde auch mal werfen wollen, wenn er mal trifft hier. Oh. Darfst du mal, wenn er mal trifft und dann trifft er eben auch. Werf doch, werf doch. Na, war das jetzt auch noch eine Aktion? Da wird er, also da schießt es wirklich ein bisschen hoch, ne? Das ist nicht da verspreult. Es gibt noch einen. Das ist grün, wenn du in den in die Nähe kommst, dann streut er sie immer gleich. Aber du hast da vor dir was, was du hast. Motoren, warte mal. Motore. Ne, nicht Rotore, sondern Motore. Na? Ich hatte doch Motoren, ne? Ich hatte keine Motoren. Ich habe doch nicht. Ich habe nicht Motoren hineingelegt. Ich weiß. Ich habe doch Motoren in den drinnen gehabt. Nicht die, sondern... Hier. Neu so. Hi, hier war einer. Freighter Records indicate, this comes from the past. Which is normal? Ach was? Ehrlich ehrlich? Ich glaube nach der Vergangenheit, was normal ist. Na ja. Was sagst du das dann auch, wenn du doch weißt, dass es normal ist? Verstehe ich jetzt nicht, kleine Aussage, die du noch getroffen hast. Wie gesagt, dann tue es langsam eine Mocke wegen dem Wasser immer uns hier helfen will. Oder auch nicht. Hinhelfen will vielleicht. So, sehen unsere Oclean jetzt irgendwas von hier. Ja, also eine blaue Schnecke, eine gelbe Schnecke. So, auf der Startstelle, die Niederschnecke da hinten. Eine gelbe Schnecke, okay. Und nochmal Sticky Stoffi. Sonst, ist hier nichts eher. Nur hier oben, irgendwas. Oh ja. Na, den nut' ich mir jetzt doch. Äh, du hörst mir doch. Du bist doch nicht alleine hier oben. Kannst du mir nicht erzählen, dass du dich nicht beworst wirst? Glaub' ich jetzt nicht. So, jetzt sind wir jetzt der Fall in der Steine. Komisch. Andere wollte wohin nicht. Gut, dann fliegen wir nur zum lila Schneckchen, ne? Lassen wir uns nochmal ins Loop. Der Sloopy. Oh, reicht's doch auch. Ja. Hm, ich weiß, ich bin gleich mit. Ich tage schon mal hier rüber. So weit wie's geht. Hast du mich schon gesehen, oder hast du mich schon gesehen? Hast du mich schon gesehen? Verdammt. Oh ja, das ist ja mit dem... mit dem riesenroten Feuerball. Und der hier hinter dir hochgeht, ist auch dein Höfesleben weg. Da kommt er. Da sind aber die anderen vier, die ja vielleicht hinterziehen sind. Also, dann auch mit kaputt. Deswegen genauso schreitend von ihm. So, mitnehmen. Dann haben wir gleich wieder ein paar Anlagen drinnen. Tunen, tunen, drinnen. Ja, wir machen die da Schneckchen. Wo waren jetzt die Abschlussschwelle? Äh, ganz oben. Da, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob wir wirklich alle die ganzen Schnecken erst mal vorn haben. Das ist noch eine Liederne. Hier nehme ich gerne. So, irgendwann habe ich die ganze Karte voll hier. Weil den gedingen sie hier. Aber hier ist ja für uns sonst das Ding hier, ne? So ist ja keiner, also ihr. Wie ihr euch ausgefeiltet habt, bin ich schon lange wieder weg. So, habt ihr es gesehen? Und hier ist ja für uns? Ja, wenn ich jetzt den Garten. Und das? Ja, oder? Da ist ja auch ein Generator einschliessen oder was? Hallo? Ja, oder? Hier vorne? Ja, oh. Ja, oder was? das ist klar das ist ja hier nur sticky stoffen und zwar schon mal hinstellen von den polzen oder welchen braun muss man eben abfüllen lassen mit dem flugzeug rüberkriegen lassen dann gucken ob es hier ach ne das hier ist ja auch was da ne das ist nur eisen so auch immer noch mein wird jetzt nur ein will ich mit dir spielen hier ist eine hülle hinten aber Ich muss noch eins weichen, verdammt Axt. Das kostet noch eine Höhle. Da gibt es ja auch Loops drin. Was ist jetzt hier rumgeflogen? Noch einer mit Stach, hier noch einer. Zwei gleich, nur freilich, nur ist klar, da ist er ein grüner. Hab ab jetzt, Mann. Da müssen wir uns hier abhauen, blöd sind die nicht, ne? Blöd sind die nicht. Was soll jetzt ganz runtergefallen? Oh, hier, rum, 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 rum. Ah, jetzt bin ich in den Hosen gegangen, Mann. Ja, der hat er da ab hier hinten. Da ist doch ein Sommerstuhl, okay. Okay. Okay, erst hin. Was ist der andere? Hä? Hä? Wo ist der andere hin? Hä? Ich sehe, wie er hier was runterschmeißt, aber, hä? Das muss man nicht verstehen. Da nimmt man Strom her. Das ist mir, um hier runter zu knallen. Dann kommen wir nicht mehr hoch, fahren wir nicht mehr hoch. So. Wo ist er hin? Hä? Da steckt der irgendwie hier drin, oder was? Hä? So ist er festgebockt. Der ist unter Felden. Also freilich. Na, die Bombe ist schön an den Stein geschmissen, oder was? Aua, jetzt lass mich in Ruhe. Das ist ja unfair, wenn du dich hier hinter der Wand versteckst. Ist wie immer. Ist wie immer. Wie immer. Die können durch Wände schießen, sich durch Wände packen. Aber du, du kannst wieder gar nichts. Wie immer. Lässt er jetzt hin, ist er jetzt weg. Ich habe auch keine Ahnung, was mit ihm ist. Wir hören zwar. Was ist er da unten? Hm. Da unten, hatte ich gesagt. Nicht da oben, ne? Da ist er. Aber ich glaube nicht, dass die... Hm. Dass die Bomben durch die Wände gehen. Hm. Naja. Guckt nicht. So. Das gibt es hier unten, wenn sie hier... Oh. 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 Möhleneingang da reingekommen. Aber nimmer mit hier auch Strom. Macht das eine Spinne? Okay. Eine Spinne. Dann gibt es bestimmt ja auch eine große Spinne. Eine grüne Spinne. Na, freilich. Alles voll da unten. Alles voll da unten. Da kommt auch mal her. Bisschen Spaß haben. Ja, das hat weh getan. Dann wird's gebunden. Eine schon mal hin. Aua. Aua. Müsste nicht im Kontrolle haben. So. Gleich vor der Augen ein. Sind die hin oder was? Oder was ist das mit denen? Wollen die noch? Legen die noch? Hm. Okay. Wollen wir jetzt mal um dich? Alle hin, ne? Nehmen gleich mal Strom mit. Oh. Wieso geht's nicht? Was ist da jetzt nicht? Was stimmt da jetzt nicht? Und hier. Ein Kelbschnecken da drüber. Du siehst, coole Art. Mhm. So kann man auch Schnecken verstecken. Hm? Was? Was? Noch eine Spinne. Wurde. Oh, das ist auch der, der oben da rein steckt. So. 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 Es ist irgendwann mal einer Ebene Wielle. Wie ist Avant der Neustre moles actively gebrochen? Wenn identitären sch Perché. Das magstige Begriffe muss. Wie, inschei von Ihnen ist unsere Universität? Give us a telnut within a void within a telnut within a void within a telnut within a shallows which is a ball of string wrapped around itself to continue the infinite deep within the inside-out string with windows and doors and a little body subdividing to the one resonance. I should have waited with this question. Ja, du hast das jetzt schon ein paar Mal gesagt. Das letzte Mal schon gesagt, du willst die Fragen anders formulieren, dann macht es ja doch nicht. Ja, du hast noch ein paar Spinnen, bestimmt noch irgendwo. So, hier sind immer die Pilze. Das ist bestimmt der Eingang, den wir oben gesehen haben, mit Sicherheit. Ja, genau. Da geht die Schnur lang. Und dann haben wir wieder's auf. Genau, das ist der Eingang, den ich vorhin gesehen habe, mit dem blauen Schneckchen davor. Alles gut. Wir haben eben die Hintertürchen gleich benutzt. Dann haben wir hier noch ein Niederschneckchen. Dann fliegen wir noch mal auf der Abschlussstelle und dann ist es wieder gut für heute. Hä, 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 rum. Hä, hä, rum. Hä, hä, rum. Dann haben wir die erste Wand wieder rausgeholt, oder was? Der ist nämlich verseugt. Na, der streut nämlich auf. Soll ich ein Rolltäckchen-Level voll ausgeschlagen. Er hat irgendwas eingenommen, der Kerl. So, wo waren jetzt die Erbsportschwelle? Boah, ne, das ist jetzt auch immer. Zwei, oder? Oh, unten noch Feuerball, Heini! Also, ähm... Die können wir doch durch Wände schießen, durch Schneidenbocken... Ja, das wäre was Neues, wenn das mal nicht wäre heute durch ein Spiel. So, können wir euch von hier oben vielleicht irgendwie beruhigen. Wie seid ihr eigentlich so zahlreich hier oben? Gibt es hier irgendwas Wichtiges, was ich nicht wissen sollte? Ah, das ist ein kleiner Schneckchen da drüben. Na, freilich, hätt's noch hinten drüber geschmissen, an da einer Stelle. Und jetzt haben wir noch echt schöne Bobbys geschmissen. Cool das Spähnchen, cooles. Komm, hol's dir. Na, also, ich hätt noch hinter die Kohle geschmissen. Also, manchmal, brauche ich ihn. Tudududududu... Los, jetzt. Na, also! Klapp. Hast zwar hier die halbe Brücke beiß abgerissen... Hm... Hört doch noch stehen, wenn du schon irgendwo stehst... ja freilich, jetzt muss ich jetzt beinahe es weichen ne, da ist immer noch nicht hin jetzt reicht es ja mit dem aber der hat über mich übergekommen die können nur bescheiden, nur bescheiden da kommen die nächsten, naja bist du nicht hochgekommen wie geht denn das naja ist tot, ja ist schön, da geht es wohl hinein die anderen auch alle ja, was ja, so ist das das geht auch hin da sind beide, Pferd hin da ist noch ein anderer hin hier sind Schneckchen da habe ich nicht so viel Strom immer noch und was hat der Ding lichen lassen? war der Langsame? hm, was auch jo, das war jetzt die Absturzstelle, das hätte ich jetzt gerne noch mal gewusst aber hier war gerade noch zum Absprengen, habe ich gerade gesehen was gibt es denn da? Baby Schneckchen und den Durchgang hier alles natürlich gilt ich das Ding gut, dann gehen wir zur Absturzstelle wo ist er? wo war er? also hier oben lasst uns einfach mal ganz nach oben steigen da werden wir es noch sehen so, dann sind wir das Wasser raus wieder Schneckchen da kommen wir ja hin das ist doch schon gar nicht also, das ist doch wieder ein Steinschmaß das ist doch gerade wieder ein Stein der hat mir vorbeigeflogen ich habe es doch hm, ich habe es geäunt so, wüben da so, klar 1, 2, 3, oder was? das ist nur klar aber da kriege ich das hin dann komme ich da rum über hm, na gut, aber kommt es davor mal noch ein Stück Knoe halten und jetzt kann man richtig ausholen und Kuss du ha ha hoch 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 Steinstein, Zweifstein nur der Dritte da war das jetzt wieder jetzt habe ich es aufgeschreckt worden jetzt rennt er weg, vor Angst, oder was? das schafft man nicht das schafft man nicht mein, 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 der Dritte war wieder eingesteckt und dann rennt es noch mal und dann rennt es noch mal und dann rennt es noch mal na, darf es gar nicht von welchen Planeten kommt das Ding jetzt? oh, Bio-Sprit Motoren, können wir mal welche gebrucht also das Bio-Sprit so, jetzt auch, ne verpackt doch plötzlich auch Bio-Treibstoff was ist denn voll was ist denn voll? was ist denn voll? und den brauche ich nicht reinmachen sowieso voll benutzt und so so, das ist doch schon mal zu schicken gut Leute dann war es das auch schon mal wieder für heute dann werden wir uns in der nächsten Folge hier wieder sehen das wird wohl gehen das wird wohl gehen wir können höchstens noch von hier oben gucken, ne was hier noch so alles auf uns warten könnte da ist noch eine Absturzstelle irgendwo muss hier noch so eine Gas-Dings-Water rumstehen war mitten im, mitten im Wasser war das so ähnlich wie da unten der ich weiß nicht ob ich hier auf dem richtigen Weg bin da steht nämlich auch noch eine Absturzstelle und der hat Strom gebraucht auf ein Maß das konnte der aber nicht liefern und da musste ich wieder fort so da oben ist auch noch irgendetwas wo wir da Strom hatten eigentlich müssen wir da gewesen sein da drüben ist noch was zum Weg sprengen da ist noch was zum Weg sprengen da hinten ist auch noch was zum Weg sprengen da haben wir noch ein bisschen zu schicken da gehts nach Hause da hinten ist unser Hause ja doch steht das Ding weil das andere die andere hat sich nicht weit gesehen oh das ist doch nicht immer kleiner da oben alle Mann wir können hier noch was gucken und setzt hier das Ding drauf lassen wir es nicht wieder vergessen da wird aber eh mal interessieren wie es festbleiben ist insgesamt in den ganzen Spiel gibt aber wie gesagt es ist jetzt nur das eine Biom bei dem anderen mit Sicherheit auch noch dutzende stehen lassen ich muss nicht wissen dass es die überhaupt noch gibt wo war denn hier der Strom wo ist denn hier hingestellt na hier nicht da hinten da hinten da hinten hier ist doch falsche necke ich noch so weit bei dem anderen Bahnabsturzstelle wenn wir dich ja schön umschauen kannst ja und den blöden generaue trotzdem nicht findest du dann eine abschaltstelle oder war mir so ja war mir so schön guck nicht du musst jetzt nicht mit absicht jetzt eine Nummer springen das muss jetzt nicht sein und dann haben wir unsere Stromkoppel verloren wenn man nicht wieder zurück kommt lass mich doch sonst geht das Kilometer weit und jetzt mit einmal die großen Bäume, genau da bin ich ja da rum gesprungen noch von da nach da, von dort nach da weil da selbst in den Bäumen waren äh, Schnecken drin da sind wir gar nicht so verkehrt da hinten da ist dann die Wüste, da war ich auch kurz zeitig mal kann auch sein, dass er hier hinter den Bergen steht hier, ne, also bei dem Wasserfall hier hinten drin irgendwo steht da irgendwo steht da jedenfalls ne 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 geht's. Nicht gerade weit. Na gut, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Dann geht's weiter und dann wären wir hier hinten rum und dann geht's wieder hin. So, dann haben wir auch gerade mal vielleicht, wer weiß, was wir alles haben stehen lassen. Wenn das sowieso so ist, dass die Schnecken nachspornen, nur eben die Festplatten gedöhnt haben wir uns nicht. Bei der Abschlussstelle, da waren wir schon, da steht nämlich so ein Dienst drauf. So ein Rohr, Spender, Halter, wie auch immer. Und brauchen wir uns auch nicht so anstrengend alle Schnecken mitzunehmen, wenn die sowieso alle nachspornen. Das ist ja jetzt wieder hier, wo ist das jetzt hier? Kann das sein? Das ist ein kleines Sumpfgebiet, ja. Da wachsen sowieso Schnecken ohne Ende. Na gut, genug gezockt heute. Das ist nur halb eins, Mann. Und wieder halb eins. Gut, dann tschö und nochmal vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.